Wir freuen uns jetzt schon im Namen des OK auf die Austrägung des 9. Pizzol Alterski am Sonntag, am 2. Februar 2014 und erwarten nicht nur viele Top-Athlete, sondern vor allem auch Hobbysportler, der im Vordergrund Spass hat an diesem Sport und der an diesem Tag noch viele Schönes erleben möchte und auch die Geselligkeit geniessen möchte. Wir haben auch schon für den Nachwuchs gesorgt, der bald in den Stadlöchern steht. Der Pizzol Alterski ist eigentlich für jedermann, der gerne reintritt und auf der Tourenski rumläuft. Die Strecke hat seine Herausforderungen. Wir haben aber geglaubt, dass jeder Mann und jede Frau eine Strecke auswählen kann, für seine Gedingungen, wie sie es können, sei es der Extremlauf mit 2.800 Höhenmeter oder Speed mit gut 1.200 Höhenmeter und Classic, also Fun mit gut 700 Höhenmeter. Also ist eigentlich für jeden etwas dabei, sozusagen. Der ganze Körper braucht es hier, in jedem Fall. Nebst der Lunge braucht es auch immer gute Beine. In der Abfahrt sind wieder andere Muskeln gefragt. Man muss auch schnell runterfahren können. Die Koordination ist sehr wichtig, also das Gleichgewicht, Rumpf, Aufsteigen klar, die Arme auch sehr, die Nacken, Arme. Also man braucht eigentlich den ganzen Körper. Der Kopf ist auch sehr wichtig. Man muss doch das eine oder andere mal ein bisschen leiden oder durchbeissen. Und dann kommt schon auf den Kopf drauf an, dass man das auch durchsteht. Ja klar, zuerst schaut man mal, wer geht ab. Oder wo stehe ich, was habe ich für einen Tag. Das Gefühl ist sehr wichtig, den man hat. Am Anfang ist es meistens immer sehr schnell, bis man eine Position bezogen hat vorne und vorne. Und nachher muss man schon schauen, dass man nicht gleich blau läuft, sage ich mal. Also dass man jetzt nicht, wie man der Furt so müde ist, kaputt. Weil der Weg ist noch weit. Vor allem, wenn es noch mal die Zollbletscher, die Zoll satt rauf geht. Dann die lange Abfahrt in die Mittelstation und dann den Schlussauftrieb. Also das ist schon eine Ahrhaft, die 2800 Kilometer. Wenn es dann noch kalt ist, die äussere Bedingungen, ist dann immer sehr toll. Also muss man schon ein bisschen mit der Kraft, mit der Kondition ein bisschen aushältrischen umgehen. Ich hoffe, dass ich... Hopp, hopp, super! Ich habe ja schon viel erlebt, und ich kenne auch keinen anderen Sport, der so intensiv mit der Natur zusammenarbeitet. Und darum hat es eine gewisse Wildheit. Das ist so, dass man das nicht genauer ist.